Du, hallo, hallo und wir fahren weiter, bitte. Ich rufe dir ein bisschen. Links, links, schau mal links. Kommt du was? Rechts, links. Rüber schieben, nicht aufsteigen in der Mitte. Auf der anderen Seite, ja. Schau mal zuerst. Kommt du was? Rechts, links. Schnau. Ah, nicht hier aufsteigen. Ganz auf der anderen Seite. Da darfst du alles aufstecken. Okay. Kommt da was, Snorri? Wo, wo schauen wir zuerst? Und rechts? Links? Dann schnell rüber die Hände aufstecken. Schieb's rüber, bis die andere Seite. Weiter, weiter, weiter. Schauen wir zuerst. Kommt du eins? Liegt's? Dann schnell. Weiter, 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 weiter. Kommt da. Schauen wir zuerst. Kommt da was? Rechts? Links? Dann schnell rüber. Wir steigen nur auf die andere Seite an. Okay. Du musst ganz weiter. Oh, jetzt darfst du auch steigen. Ja. 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 Ja.